Wir sind hier in Nürtingen-Neggerhausen in der Taunusstraße und wurden alarmiert zu einem Vollbrand eines Wohngebäudes. Beim Eintreffen des Gebäudes sind die Flammen schon aus dem Gebäude herausgeschlagen, durch die Türen und durch Fenster. Die zwei im Gebäude wohnenden Personen waren schon aus dem Gebäude heraus und von den Nachbarn versorgt. Die Feuerwehr ging dann über die Türen und über ein Fenster, über den Steckleiter ins Gebäude vor, und hat hier die ersten Löschmaßnahmen durchgeführt. Die Schwierigkeiten sind einfach diese ausgedehnte Lage. Wir sind hier dann auch im Hang. Wir können also nur eine Träder von vorne einsetzen. Die Entfernung dann zum Gebäude ist ziemlich weit. Die Trupps im Inneren sind vorgekommen, aber durch die große Hitze nur langsam. Dementsprechend sind wir jetzt noch dabei, das Gebäude, einfach diese Stockwerke auszuräumen und alles vollends zu kontrollieren. Also wir nehmen an, dass es ebenartig angefangen hat, auf dem ebenen Stockwerk, von oben zur Türe rein, im hinteren Bereich, und ist jetzt nach oben gezogen, in den Dachstock rein. Und hier sind wir gerade dabei, dieses Dachstock zu öffnen, um hier dann die richtigen Blutnester abzulöschen. Also insgesamt im Gebäude haben wir vier Löschrohre jetzt, ein Rohr von außen, und wir waren mit 55 Kräften fort, mit 10 Fahrzeugen, ebenfalls noch die Polizei und der Rettungsdienst. Wir werden jetzt noch die Dachhaut öffnen, gucken wir mal, dass wir hier die letzten Blutnester eigentlich von uns besitzen können, dann Sicherungsmaßnahmen am Dach, und dann wird die Feuerwehr auch den Einsatz abschließen können. Vielen Dank.